Das erste große Update für Windows 10 ist da. Mitte November 2015 hat Microsoft es veröffentlicht. Passend zum Erscheinungstermin trägt es die Versionsnummer 1511. Das Update hat größtenteils eher kleine, aber feine Neuerungen zu bieten, etwa eine geräteübergreifende Synchronisation von Lesezeichen für den Browser Edge, mehr Möglichkeiten zur farblichen Personalisierung oder optisch einheitlicher gestaltete Kontextmenüs. Mit die wichtigste Änderung betrifft aber die Aktivierung des Betriebssystems. Wir schauen uns deshalb in diesem Video an, wie gut sich Windows 10 mittlerweile installieren und eben vor allem aktivieren ist, wenn ihr das kostenlose Upgrade in Anspruch nehmen wollt. Dazu starten wir einen Selbstversuch mit einem privaten Windows 7 Home Key. Er stammt vom Aufkleber eines vier Jahre alten Notebooks und soll uns jetzt auf komplett unterschiedlichen PCs zur Aktivierung von Windows 10 dienen. Mit dem Notebook haben wir das kostenlose Upgrade zu Windows 10 bereits zum Release-Termin durchgeführt und zwar direkt aus Windows 7 heraus. Dazu haben wir das offizielle Media Creation Tool von Microsoft verwendet. Wie das geht, zeigen wir euch in einem separaten Video. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bei dem Upgrade-Vorgang erstellt Microsoft eine Hardware-ID von eurem PC, weist ihm eine digitale Berechtigung für Windows 10 zu und speichert diese sobald es geht auf den Aktivierungs-Servern. Windows 10 wird dann nach der Installation anhand dieser Berechtigung aktiviert, was auch auf unserem Notebook so geschehen ist. Installiert ihr Windows 10 später auf dem gleichen Gerät komplett neu, erfolgt die Aktivierung wieder über diese digitale Berechtigung. Eine Key-Eingabe ist dann also nicht nötig. Bislang der größte Haken daran? Eine reine Neuinstallation von Windows 10 ohne Upgrade-Vorgang war nur beim Kauf des Betriebssystems möglich, weil bei der Installation ausschließlich neue und gültige Windows 10 Keys akzeptiert wurden. Die Key-Eingabe lässt sich zwar überspringen, das Betriebssystem kann dann aber nicht aktiviert werden, weil die Verknüpfung von der alten Windows 7 oder Windows 8.1 Lizenz mit der neuen Hardware-ID fehlt, die sonst beim Upgrade-Vorgang erledigt wird. Diese Verknüpfung lässt sich übrigens auch über die telefonische Aktivierung nicht nachholen, worauf wir später im Video noch einmal eingehen. Bislang blieb für die Nutzung des kostenlosen Upgrades also nur der Weg über ein zuvor installiertes und aktiviertes Windows 7 oder Windows 8.1. Genau dieser Punkt ändert sich nun mit dem Update 15.11, weil jetzt bei der Installation auch Keys von Windows 7 oder Windows 8.1 akzeptiert werden. Dadurch kann auch ein frisch installiertes Windows 10 über eine Upgrade-fähige Lizenz einer älteren Windows-Version aktiviert werden. Zumindest in der Theorie. Einer der Vorbehalte, die immer wieder im Zusammenhang mit dem kostenlosen Update zu Windows 10 geäußert werden, betrifft nämlich die Frage der Hardware-Bindung. Viele haben die Sorge, dass sie ihre Windows 10 Lizenz nach dem Upgrade nicht mehr auf einen anderen PC übertragen können oder das Hardware-Wechsel, die Aktivierung wieder aufheben. Um zu überprüfen, ob das wirklich so ist, verwenden wir den besagten Windows 7 Home Key von unserem Notebook, um Windows 10 auf völlig unterschiedlichen Systemen zu aktivieren. Statt aber erst umständlich Windows 7 zu installieren und zu aktivieren, um dann aus dem Betriebssystem heraus das Upgrade zu Windows 10 durchzuführen, nutzen wir zur direkten Installation die neue Windows-Version 15.11. Diese Version wurde übrigens unter etwas merkwürdigen Umständen kurzzeitig aus dem Media Creation Tool entfernt, während gleichzeitig manche Nutzer über verschwundene Programme und andere Probleme berichtet haben, die nach der Installation aufgetreten sind, etwa mit der BitLocker-Verschlüsselung. Wir hatten bis jetzt aber auf verschiedenen Testsystemen keinerlei Schwierigkeiten mit der Version 15.11 und sie kann inzwischen auch wieder ganz normal als ISO-Datei über das Media Creation Tool heruntergeladen werden. Genau das haben wir hier getan und mit dem Tool einen bootfähigen USB-Stick erstellt, über den wir jetzt die Windows 10 Installation auf einem Desktop-PC durchführen. Und siehe da, der Windows 7 Home Key von unserem Notebook wird wie versprochen schon während der Installation akzeptiert, auch wenn wir darauf etwa 50 Sekunden warten müssen. Ungefähr eine Viertelstunde später bekommen wir zum ersten Mal den Desktop zu sehen. Mangels passendem Grafikkartentreiber ist das Bild wie bereits während der Windows Installation recht niedrig aufgelöst, da werden wir uns aber gleich drum kümmern. Vorher öffnen wir noch die Systemsteuerung und stellen dort fest, dass Windows 10 auf unserem Rechner mit Core i7-569X Prozessor nicht aktiviert ist, weil bisher noch keine Internetverbindung bestand. Das haben wir kurze Zeit später geändert, um ein paar Treiber und das Tool HW Info zu installieren, mit dem wir hier einen genaueren Blick auf die Hardware werfen. Der Rechner besteht aus besagtem Core i7-569X Prozessor, der auf einem MSI Mainboard installiert ist. Als Festplatte nutzen wir eine Samsung SSD mit 512 GB, die Grafikkarte ist eine Radeon R9 290X und beim Arbeitsspeicher handelt es sich um zwei DDR4 Module mit jeweils 4 GB Kapazität. Mit der Hardware des alten Notebooks hat das rein gar nichts mehr zu tun. Wenn wir jetzt aber über das Benachrichtigungscenter in die neue Systemsteuerung gehen, dort den Punkt Update und Sicherheit auswählen und einen Blick auf das Menü Aktivierung werfen, dann sehen wir, dass sich Windows 10 bereits selbst aktiviert hat. Die erste erfreuliche Erkenntnis lautet also, dass wir unseren alten Windows 7 Home Key, der ursprünglich mit einem Notebook mitgeliefert wurde, auch auf ganz anderer Hardware zum kostenlosen Wechsel zu Windows 10 nutzen können, solange die Lizenz nur auf einem PC verwendet wird. Aber klappt das auch, wenn wir den PC nochmal komplett austauschen und Windows 10 wieder mit demselben Key aktivieren wollen? Um das zu testen, installieren wir Windows 10 erneut, diesmal allerdings auf einem Rechner mit dem guten alten Core 2 Duo E6600 von Intel. Während wir hier wieder die Windows Version 1511 dazu nutzen, haben wir den gleichen Vorgang zuvor zu Testzwecken auch mal mit der Release Version von Windows 10 durchgeführt und die Key-Eingabe bei der Installation übersprungen. Windows 10 war dann erwartungsgemäß trotz bestehender Internetverbindungen nicht aktiviert und wir haben den telefonischen Microsoft Support kontaktiert. Der konnte aber auch nichts für uns tun, weil er nach eigenen Angaben nur dann eingreifen kann, wenn im System ein echter Produkt-Key statt des generischen Schlüsses hinterlegt ist, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn man die Key-Eingabe bei der Installation überspringt. Mit der Release Version lässt sich eine komplette Neuinstallation von Windows 10 also nur dann aktivieren, wenn wir das Betriebssystem neu kaufen und einen passenden Key haben. Dank November-Update können wir aber ja wie bereits gezeigt auch Keys von älteren Windows-Versionen bei der Installation eingeben und genau das machen wir hier wieder mit dem Windows 7 Home-Key von unserem Notebook. Weil wir Windows 10 in diesem Fall nicht auf einer flotten SSD mit Flash-Speicher installieren, sondern auf einer zum Retro-Charme der CPU passenden HDD mit Magnetscheiben, dauert das alles etwas länger, nach gut 25 Minuten bekommen wir aber zum ersten Mal den Desktop zu sehen. Für bessere Bildqualität haben wir noch schnell auf einem anderen PC den Grafikkartentreiber heruntergeladen und ihn per USB-Stick auf das neue System übertragen. Gleiches gilt für das Tool HW-Info. Darin sehen wir den schon erwähnten Core 2 Duo E6600 Prozessor, der auf einem Mainboard von Zotac installiert ist. Die HDD stammt von Samsung, bei der Grafikkarte handelt es sich um eine in die Jahre gekommene GTX 470 und der Arbeitsspeicher besteht aus zwei DDR3-Modulen mit einer Kapazität von jeweils 2 GB. Per Infocenter wechseln wir jetzt wieder über den Punkt Update und Sicherheit in das Menü zur Aktivierung von Windows 10 und sehen, dass die mangels passende Internetleitung noch nicht erfolgt ist, weil die Windows Aktivierungs-Server nicht erreichbar sind. Also schnell das Netzwerkkabel wieder einstecken und auf die Identifizierung warten und wenige Sekunden später ist der PC auch schon wieder aktiviert. Mit dem Magical Jelly Bean Keyfinder werfen wir noch kurz einen Blick auf den im System hinterlegten Schlüssel. Das Betriebssystem ist natürlich Windows 10 Home. Beim Key handelt es sich um eine generische Variante, die wir deshalb auch nicht unkenntlich machen müssen. Über die alte Windows 7 Lizenz hat also auch dieser PC eine digitale Berechtigung zur Nutzung von Windows 10 erhalten. Ein individueller Key wird dagegen nur dann im System hinterlegt, wenn ihr Windows 10 außerhalb des Windows Stores neu kauft oder wenn es beim Kauf eines PCs oder Notebooks mitgeliefert wird. Für den letzten Test haben wir bei unserem Retro PC noch fleißig Komponenten ausgetauscht. Das Betriebssystem wurde auf eine SSD geklont, die GTX 470 von NVIDIA wurde durch eine R9 270X von AMD ersetzt und wir verwenden jetzt 8 statt nur 4 GB Arbeitsspeicher. Am Aktivierungsstatus des Betriebssystems ändert all das aber nichts. Und genau so soll es sein. Unserer Erfahrung nach ist es also problemlos möglich, ein per kostenlosem Upgrade erhaltenes Windows 10 auf einen PC mit völlig anderer Hardware zu übertragen oder Komponenten am bestehenden System auszutauschen, solange die Upgrade Lizenz nur auf einem System gleichzeitig genutzt wird. Warum Microsoft jetzt erst die Möglichkeit dazu bietet, Keys von älteren Windows-Versionen direkt bei der Installation einzugeben, ist uns allerdings nicht ganz klar. Sei es drum, das November-Update von Windows 10 hat den kostenlosen Umstieg definitiv vereinfacht und es ist erfreulich, dass unser alter Windows 7 Homekey alle gezeigten Hardwareänderungen anstandslos mitgemacht hat. Spieler können den Wechsel zu Windows 10 aber immer noch guten Gewissens ein paar Monate nach hinten verschieben, weil für sie das Hauptargument dazu DirectX 12 Spiele wie Deus Ex Mankind Divided sind und die lassen schließlich immer noch auf sich warten. dazu geht's! ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017